Hallo und herzlich Willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Die Zukunftsschmiede Gevelsberg e.V. Fachforum Radverkehr und ich möchten alle Interessierte zu dieser traurigen 6. Geburtstagsfeier einladen. Treffpunkt ist ab 16.30 Uhr an der Bahntrassenbrücke und Baustellenzufahrt gegenüber des Hauses Passlinghauser Straße 87. Wir würden uns über eine rege Teilnahme sehr freuen. In diesem Sinne, winke, winke und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich am 29.01.2024.